Okay, zum Schluss, Leute. Gehen wir jetzt noch in ein legendäres Battle. Und zwar, wir gucken uns Feuerwehr Deutschland an. Feuerwehr Deutschland 1, damals noch von Cool Savage gehostet. Für mich das erste deutsche Acapella-Battle, das ich kenne. Es kann sein, dass es da vorher schon irgendwas gab, aber das habe ich nicht mitbekommen, da war ich dann einfach noch zu jung für. Aber das war so das erste Mal, dass ich was davon mitbekommen habe. Und da waren auch viele Rapper dabei, die ich früher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ja, die ich zum ersten Mal dort gesehen habe. Es gibt auch ein legendäres Dragpipe-Battle gegen Basic. Werden wir uns auch irgendwann mal reinziehen. Wir schauen uns an. Selfmade Records gegen Team Schalke. Wir gucken uns das an. Und ihr werdet wahrscheinlich auch für die Leute, die das Battle nicht kennen, den ein oder anderen Rapper kennen. Ja, den ihr später vielleicht auch in dem einen oder anderen Musikvideo gesehen habt. Von dem her würde ich sagen, gehen wir rein und schauen mal, wie das war. Let's go. Von wann ist das? Oh, das ist eine gute Frage. Wann kam das denn raus? Lass mich kurz gucken. 2006 erschien die erste. 2006, also da war ich so 16 Jahre alt. Ich hätte gedacht, dass es sogar noch älter ist. Bin ich ehrlich. Ich hätte gedacht, es wäre noch ein bisschen älter gewesen. Aber 16 war ich zu dem Zeitpunkt. Hau rein, Alter. Homeboys, guckt. Ich wollte zuerst nur vier Bars schreiben. Hörte Favorite und Jason dachte mir, vier Bars reichen. Fuck it. Jetzt hat er auf jeden Fall, ich würde sagen, vorher war Deutschland. War auf jeden Fall ein nettes Experiment. Es gab auch nice parts. Vom Vibe her hat man aber gemerkt, es war alles noch so ein bisschen unangenehm. Also es gab öfter mal so Situationen, die sehr still geblieben sind oder in denen die Reactions sehr komisch waren oder die Delivery oder so sehr aufgesetzt war. Aber es war irgendwie, Digga, es hat damals krass unterhalten. Jetzt habe ich 16 Bars, um auf euren Kopf zu zielen. 16 Gründe für euch Pisser aus dem Pott zu ziehen und ich zieh dir dein Handyfreak. Essen gegen Gelsenkirchen, Homie, das ist dritte Liga gegen Champions League. Das ist wie gut gegen schlecht, talentiert gegen whack. Oh ja, es stimmt. Und es gab so viele. Au, Digga. Es gab so viele Leute, die gechokt haben, Digga. Aber es ist auch interessant zu sehen, wie die damals doch geflowt haben, ne? Also wie die A Cappella flowmäßig unterwegs waren. Heute ist es ja ein ganz anderer Stil. Es geht eher so um diese, äh, um die Pointen, um die Punchline, ne? Da hast du das Gefühl, es geht auch viel mehr um diesen Flow, um diesen Vibe, um diesen Style, weißt du, was ich meine? Die ich damals noch besiegen konnte. Pop, 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 macht das Maschinengewehr. So, weißt du? Das ist wie gut gegen schlecht. Talentiert gegen Wecky, schick dich sonst wohin, du Mongo-Kind, mit deinem einzigen Text. Yes, ich bin das, was deine Bitchner Affäre nennt. Sie verbringt mir Freizeit in meinem Bett als Pfadfinder im Feriencamp. Und glaub mir, sie ist eine Crazy... Und das Lustige war auch immer, wie die einzelnen Rapper ihre Parts gebracht haben. Und im Hintergrund stand immer die Crew. Und die hat dann immer total gefeiert. Oder einer hat dann versucht noch so, ja Mann, ja Mann, aber kein anderer. Also es war schon teilweise unangenehm, aber legendär. Crazy Cox-Hackerin, ich besuch sie so oft, dass dein Baby mich Papa nennt. Connected, Leute, die mich hauen wollen. Doch ich kenn Leute, die die Leute, die mich hauen wollen, liebend gern mal hauen wollen. Leute, die euch gern mal hauen wollen, solange bis ihr liegen bleibt. Ich bin so fly, ich bring euch Vögeln jetzt das Fliegen. Oh, diese Geräusche. Ey Bro, du musst vorne stehen. Ah, nee, okay, es kommt der... Oh, Faith gegen Pillard, Bruder. Uh, legendär. Ah, legendär. Oh nein, jetzt wird's unangenehm, Leute. Jetzt gibt's Fettshaming. Ich hoffe, ihr seid bereit. Ja, wer damit nicht klarkommt, jetzt lieber ausmachen. Der Faith-Part ist so geil. Ey, ich find Pillard aber auch sehr geil. Ey, ich fand beide Parts sehr geil. Du machst auf Ruhrpott, doch ziehst dich an wie New Yorker. Zieh deinen Trikot aus, du dicke Sau, du fetter Antisportler. Du fetter Fettsack, scheiß auf Bärdelich, er stech dich. In der Hoffnung, das Messer kommt tief durch deine Fettschicht. Süß. War cool? War cool? Oh nein, Alter, das hat schon immer so einen Cringing-Vibe, ne? Weiter. Für Jasons Lippe gab es sicher einen Grund. Der hat an deiner Bitch geleckert dir dann Tripper am Mund. Das kommt davon, wenn man die miese Möse leckt. Pillard, Alter, du riechst nach Fritteusenfett. Lass mich raten, Triple Pommes, Mann, du Miefs, ey. Du brauchst kein Beef, du brauchst ein Beefsteak. Du könntest duschen, aber nix, da du smellst. Immerhin musst du zum Hörer greifen, Pizza bestellen. Ich glaube, es bleibt recht ruhig. Das sind ja keine schlechten Lines. Also, wenn du dir überlegst, 2006, da gab es doch keine 20 JBB, VBT-Runden gegen Übergewichtige oder Menschen mit ein bisschen mehr Speck am Körper, ne? Aber ich glaube, alle waren so ein bisschen geschockt und haben sich gedacht, ach nee, das sollten wir mal lieber nicht supporten, Alter. Deswegen ist es recht ruhig geblieben, ne? Aber es war schon mies. Du baldest Dipset. Faith rhymed wie keiner. Pillard, sei nicht traurig, ich schenke dir einen 99er. Der macht dich eh nicht satt, Bitch, ich helfe und schenke dir noch einen Big King XXL. Denn du bist schon ein Mörderding. Pillard, zieh die Krone auf, du bist der Burger King. War auf jeden Fall eines der besten Battles, würde ich sagen, bei Feuer bei Deutschland. Oder eines, die mir so am meisten im Kopf geblieben sind. Dieses Faith gegen Pillard Ding. Ein bisschen traurig, wenn man das heute so sieht, wie klar der da noch war. Aber auch gute Reime, ne? Miese, Möseleck, Riesner, Fritteusenfett. Vor allem für die damaligen Verhältnisse. Ja, ja, wir machen fair, Alter, ist gut. Okay, ihr hört den? Aber irgendwie hatte das auch was, oder? Dass die alle so ihren eigenen Stil oder ihren eigenen Vibe mit reingebracht haben. Ich feier das, Digga. Diese Art und Weise, wie sie geflowt haben. Heute ist es viel direkter. Also ich hab oft das Gefühl, dass so dieser Stil zumindest flowtechnisch nicht mehr so krass mit reinspielt. Also es gibt zwar die einzelnen Rapper und du kannst dir dann oft auch, vor allem die Größeren, oft so unterscheiden. Weil die schon ihre eigene Art und Weise haben. Aber das spiegelt sich dann eher wieder in der Art, wie sie ihre Pointen setzen. Oder wie sie mit dem Publikum umgehen. Oder wie die die Punchline schreiben. Oder welche Thematiken sie da aufgreifen. Aber hier war das so extrem einzigartig, wie es auch vorgetragen wird. Irgendwie, ich find, das hat was. Besuch dich in deinem Haus. Guck ein bisschen Fernsehen. Pack meine Füße auf die Couch. Klau dir sehr schnell dein Weed. Und bin ich weg, suchst du den ganzen Tag dein Telefon, als wärst du E.T. Also halt mal den Rand. Oder ich halt kurz mal an. Gib das Eis an meinen Homeboy und sag, halt kurz mal, Mann. Hol ein Messer raus und halt's kurz mal an. Dein Schädel, trenn ihn ab und sag dir, halt kurz mal, Mann. Also, gib ruhig zu, dass du nix hast, Holmes. Ich hab öfter gefickt, als er gewichst hat, Holmes. Sieh mich im Video mit Goldring, Sterling und mehr. Mein Label Boss ist Moses Pelle und deine sind Ernie und Bär. Get the fuck out. Der Pillard hat auch ne geile Attitude, ne? Wenn der am Rappen ist so, wenn der da steht, der macht irgendwie Eindruck. Der hat so ne Aura irgendwie, ich weiß auch nicht. Oh nein. Oh nein, Bruder. Oh nein, jetzt wird's unangenehm, Töte. Jetzt wird's unangenehm. Oh nein. Ah, Schimmel, Alter. Ja, Mann. Ey, ich kannte da Schimmel schon, soweit ich weiß. Und fand den und finde den auch heute auf Tracks. Fand ich den immer ziemlich nice, ne? Meine Geschichte oder ich weiß gar nicht, kannst du ihn sehen? Und der hat irgendwie, der hat ne geile Art zu rappen auf Tracks. Aber A Cappella, das war eher unangenehm. Aber wir gehen mal rein. Ich bringe es auf den Punkt. Du gehst auf den Strich. Mich zu erreichen ist und sagt ein Traum für dich. Ich wisch euch drei Lappen leichter, wie der Charming Bärfee geht euch. Werkt wie ein Rasenmäher. Ey. Du hast halt voll das Gefühl, der kriegt kaum Luft, ne? Als wäre der so, ja, als wäre er maximal nervös. Als wäre er maximal, ne, der, der gerade rappt, ist Schimmel. Als wäre er maximal nervös und kriegt kaum Luft deswegen. So, so, so dieses so. Ey, du machst auf, du machst auf hartem Gangster, aber keiner kann dich schlagen. Was willst du, was willst du, was willst du sagen? So, das ist schon, ja, ah, Bruder. Und das ist vor allem dann halt unangenehm, wenn du vorher auf Tracks halt immer so diesen harten markierst, ne, und so ein bisschen, ah, das weiß ich noch. Da habe ich mich früher schon ein bisschen fremdgeschäbt für. Aber hey, no hate, Bruder. Ja, also damit muss man umgehen können. Das war halt, wie es war. Deinen Umfang zu messen, das hat mir Kunst für sich. Warte, wir gehen mal zurück. Ich bin in Bärfee, geh euch weg wie ein Rasenmäher. Ey. Was denn? Oh, oh, oh. Deinen Umfang zu messen, das hat mir Kunst für sich. Selbst Galileo hat es versucht, doch er konnte es nicht. Wahnsinn. Nein, es wirft ja noch seine Kommentare rein, Alter. Heute wäre das No-Go, ja. Heute wäre das No-Go, ja. Würde man niemals machen, sich da einzumischen. Aber zur damaligen Zeit, da gab es diese, ne, diese Regelungen noch nicht. Oder ich weiß nicht, ne, da war das anscheinend noch nicht so ein Ding. Aber das macht es natürlich noch unangenehmer, ne, wie er sich jetzt lustig macht, ja. Ja, stell dich erst mal bei so einer Crawl-Tenant-Liefe ab. Naja, ich hab schon oft gesagt, dass ich massig Respekt hab vor Leuten, die das hinbekommen, ne. Also, safe, ja. Aber trotzdem ist es nun mal so, dass die Situation so war, wie sie war, ja. Oder, also, ne, ich hoffe, du bewertest nie oder du urteilst nie über irgendwelche Dinge, die du siehst, die du noch nie selbst gemacht hast, ne. Ja, die Reaction macht's halt noch schlimmer, ne. Er wirft seine Worte rein, jetzt lacht er ihn auch aus. Also, ich weiß noch, dass es danach eine ganze Ecke Schimmel gegenüber viele, ja, viel Häme gab. So, immer mal wieder, ne, da wurde lange damit aufgezogen. Du Milch-Bubi, löst dich auf wie Nesquik. Du bist in meinen Augen kein Rapper. Bin zehn Jahre jünger und tausendmal besser. Ja, ich find, ich find jetzt persönlich die Reaction da nicht besonders respektvoll. Man muss natürlich den zeitlichen Kontext sehen, ne. Wahrscheinlich, ja, war das da einfach noch nicht so gang und gäbe, dass man, wenn man, ne, wenn man da steht und rappt, dass der andere die Fresse hält, ja. Ja, würde man heute so nicht mehr machen, aber damals ging das anscheinend. Das hat natürlich, aber jetzt, guck mal, immerhin sagt er jetzt, ne, ist jetzt dieser Respekt da, von wegen so, ey, gib da mal Applaus, glaub ich zumindest, ob das ernst meint, weiß ich jetzt gerade nicht, aber ich glaub schon. Ja, aber dann hätte er auch dabei leise sein sollen, sind wir ehrlich, ne. Da wär er nochmal. Du bist gayer als gay, ich bin famer als fame, frag deine Homes, ich bin der härteste Gegner im Game. Fuck mich nicht ab, schmeiß dein Handtuch, du Punk, oder ich smack dich härter als Rocky und Rambo zusammen. Fucker, geh doch, usch, hol deinen besten Freund. Gayer als gay, ja, ey, Bruder, 2006. Ja, da war das so. Fucker, geh doch, usch, hol deinen besten Freund, denn jeder weiß, ihr seid so gay wie die Petsche Boys. Scheiß Rap auf Deutsch, bring deine Pussybars, nach diesen Linen ziehst du älter aus als Uschi Glas. Pussy was, ich kill dich, nimm deinen Kopf als Pokal, denn du bist wie Stefan Raab, nur ein Opfer total. Ich bin der Big Boss. Du bist wie Stefan Raab, nur ein Opfer total, Bruder. Ah, Junge, Alter, geil. Ich kill dich, nimm deinen Kopf als Pokal, denn du bist wie Stefan Raab, nur ein Opfer total. Ich bin der Big Boss, bei dem jeder MC jubelt. Ich mach einen Move und du denkst, ich werde Jet Li's Dubel. Und Favorite, du bist dann rappender Trottel. Du erinnerst mich an Flair, du bist eine fette Kartoffel. Kartoffel, Alter. Ah, Pilat. Ah, Pilat, come on, Alter, der freut sich aber ein bisschen zu doll, oder? Also, für die Line, jetzt die Reaction, da ist er aber, hier, guck dir das mal an. Du bist, und Favorite, du bist dann rappender Trottel. Du erinnerst mich an Flair, du bist eine fette Kartoffel. Du willst den Essen erschossen, komm, guck, ich hol die Ruga raus und zeig den Leuten. Prät, 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 so sehen Loser aus. Selbstmäh. Achte auf dein Hinterbein. Au, jetzt kommt wieder Schimmel. Mal gucken, vielleicht hat er sich jetzt wieder ein bisschen im Griff gehabt. Ich weiß es nicht mehr. Er ist natürlich jetzt in einer Scheiß-Situation, ne? Da wieder rauszukommen, ist schwierig, Digga. Mal gucken, wie es war. Achte auf dein Hinterbein, denn es könnte Schimmel sein. Er drischt dein Bein von hinten in deine Innereien. Reiß euch durch wie ein Umschlag, schmeiß euch danach weg was. Wie macht es nicht hier, sondern vollkommener Dreck? Er ist halt sehr hektisch, ne? Er ist einfach sehr hektisch. Ich glaube, die Nervosität hat ihm da leider ein krasses Bein gestellt. Reiß euch durch wie ein Umschlag, schmeißt euch danach weg was. Wie macht es nicht hier, sondern vollkommener Dreck? Ich loch ein wie auf den Golfplatz. Räum den Weg frei wie die Volksbank. Vic Pillard, ich spiel mit deinem Dick-Billiard. Was ist 3P? Ich spiel mit deinem Dick-Billiard, Digga. Bank. Vic Pillard, ich spiel mit deinem Dick-Billiard. Was ist 3P? Hey, hier ist mein Fickfinger. Bleib mal hier, bleib mal hier, bleib mal hier. Ja, es kommt einfach nix an. Und der Pillard hat doch irgendwie so ein... Die Art und Weise, wie er da in diesem Battle mit ihm umgeht, er lässt halt alles ins Wasser fallen. Diese Art und Weise, wie er über ihn lacht, wie er dann sagt, ey, komm mal her, komm mal her. Ihm so auf die Schulter fest. Es wirkt halt ein bisschen wie Vater gegen Sohn einfach, ne? Von der ganzen Ausstrahlung. Wie er jetzt so kommt, von wegen, komm mal her, komm mal her, Kollege. So, ah. Ihr habt euer Ohr, also habt euer Ohr. Watch me. Beobacht du mich. Komm, ich zeig dir, wie ich Party mach. Lass mir von deiner Braut so lange ein Rad haben, bis ihr Oberarm wie ein Paar wie ein Arme. Aber er scheint auch viele Fans oder viele Connections in der Crowd zu haben, ne? Das merkst du einfach. Er bringt da Lines und wie viele Leute rappen das mit, Digga. Lass mir von deiner Braut so lange ein Rad haben, bis ihr Oberarm wie ein Paar wie ein Arme. Und ich deine Crew ficke. Ich hab den ganzen Tag mit Vögeln zu tun, so als wär ich Dr. Dulicke. Ich weiß das für euch Loser zu schnell. Ich seh mich bei Stress gezwungen an deiner Bude zu schälen. Häng dich dann von dem Balkon in einem guten Hotel und lass dich fallen, als wärst du heiß, so wie bei Snoop und Pharrell. Guck dir nur mal diesen Punker an. Seine Braut lässt jeden Fitnesscenter-Freak auf sich drauf wie eine Hantelbank. Und ich bin sowas, wie das Beste da draußen bin. Sowas wie Jay-Z nur mit einem besseren Aussehen. Und auf einmal seid ihr Rapper leise. Ja, es stimmt, ich bin arrogant. Ich find jeden außer Snagger scheiße. Und euer Album interessiert mich nicht mal die Bohnen. Er hat auf jeden Fall von allen irgendwie die beste Art und Weise, da aufzutreten. Er wirkt halt extrem selbstsicher und von sich überzeugt. Dieses Selbstvertrauen und diese Selbstsicherheit konnten alle anderen nicht rüberbringen. Auch nicht ein Faith. Ein Faith am ehesten vielleicht noch. Aber ich fand, auch wenn er es gut rübergebracht hat, hat man auch bei ihm so eine gewisse Anspannung gemerkt. Er wirkt recht von sich überzeugt. Er weiß, er ist der Boss. Und das wirkt sich halt auch aufs Battle aus. Ich find jeden außer Snagger scheiße. Und euer Album interessiert mich nicht mal die Bohne. Und ihr fickt ganz genau niemand, weder mit Mike noch ohne. Break it the fuck out. Get the fuck out of here. Ist auch so maximal merkwürdig, wenn man sich das heute so anguckt, wie der einfach Savas in der Mitte steht. Also ganz wie aus so einem Paralleluniversum, Alter. Aber ich glaub, er hat doch nur die erste Staffel moderiert, ne? Alter, ich hab alle, ne? Ich kenn alle. Ich hab alles durchgeguckt. Da gibt's schon noch einige Highlights, Alter. Ich weiß auch, in Staffel 2 oder 3 gab's so einen Trump. Ich glaub auch so geschrieben wie Donald Trump. Der hat ne kranke Runde gehabt damals. Oder Greg Pipe gegen Basic natürlich, die legendären Dinger. Wir werden da ab und zu mal ein bisschen reinschauen und ein bisschen so in den alten Gefilden rumwursteln, ne? Weiß einer, ob's so A Cappella-Battles vorher schon irgendwie im deutschsprachigen Bereich gab? Also ich kannte natürlich die Freestyle-Battles von Out for Fame. Die hab ich mir damals auch gerne reingezogen, ne? Aber A Cappella war zumindest das Erste, was ich so mitbekommen hab im deutschsprachigen Bereich. Ja, Faber-Deutsche. Ach stimmt, ey, Steiger war ja auch da. Ja, 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 ja. Ja, ja, stimmt. Der hat's aber auch unangenehm gemacht, fand ich. Hat er auch Kolle mitgemacht wegen Selfmade? Ne, oder was? Ne. Ich glaub, Kolle war nicht dabei, ne. Ich weiß gar nicht mehr. Ich müsste mir nochmal die einzelnen Titel reinziehen, um überhaupt nochmal zu peilen, wer da alles dabei war. An wen erinnere ich mich denn so? Äh, Morlock-Dilemma erinnere ich mich zum Beispiel. Der ist mir irgendwie im Kopf geblieben, Morlock. Boah, da gab's viele Leute, Digga, ne? Greg Pipe Basic halt, Trump, der mir gerade einfällt. Wer war denn noch da, Leute? Äh, Kasper, Kasper war da. Also ich versuche jetzt eher so Leute zu nennen, die hier einige kennen könnten, ne? Kasper gab's auf jeden Fall. War nicht Algier auch da? Ich bin mir gerade unsicher. War Algier auch da? Mit irgendwie ganz, von ganz früher, da bin ich mir gerade unsicher. Fahrt, Animus, guck mal hier, wir sind hier hier. 2,5, 7, das, Bruder, stimmt. Mit Terry, also es waren einige Leute da, ja? In den verschiedenen Staffeln. Und ich würde sagen, da gucken wir einfach ab und zu rein. Ich finde das einfach maximal, maximal geil, da nochmal reinzuschauen in die alten Zeiten. Manu, guck mal, da gibt's so viele Namen. Und ich wette, eben auf der Seite stand da, wo du nachgeschossen hast, von wann das ist, wer dabei war, oder was meinst du? Ach hier, guck mal. Also hier so bekanntere Leute, Boba Fett, Big Daryl Mack, Kasper, Faith, Frankie Kubrick, Kass, Animus, Maddest, aber das ist aber nicht Maddest, oder? Meckes, Pillard, Plan B, Schimmel, Tim Hendrix, Tour, Fahrt, Lars Unlimited, Liquid Walker, stimmt, Liquid Walker war auch da, Manuelsen, Madness, Morlock Dilemma, Oli Bagno, Pillard, Sandy Solo, Maddest, Materia, 2,5, 7ers, Creme Fraiche, Blood Spencer, Das Bo, alter Das Bo sogar, Drake Q, Fahrt, Hammer und Zirke, Liquid Walker, Maddest, Mike Fiction, alter Mike Fiction, kenn ich eigentlich nur noch aus von Rapper Mittwoch auf der Bühne, so ein bisschen, ne? Als, ja, was weiß ich, Moderator oder so, Morlock wieder, da waren einige Leute dabei, auch welche, die ja nicht aufgezählt wurden, aber, ja, muss natürlich nicht jeder kennen, das sind natürlich auch viele Leute, die man heute vielleicht nicht mehr, die man früher vielleicht, oder die man heute vielleicht nicht mehr so kennt, ne? Ja, sag ich, ja, sind nicht alle aufgelistet, Mild Fiction, ganz wecker, dude. Ich kenn den nur, also auch von Feuer, aber Deutschland halt, ne? Kann mich an den Part aber nicht mehr so erinnern und halt nur von der Bühne. PA Sports, KC, alter, ey, da müssen wir auf jeden Fall, da müssen wir auf jeden Fall noch rein, ne? Deswegen packen wir hier und da mal eine Folge rein, dann werden wir uns das hier und da mal geben und ein bisschen so in den alten Battles rumwühlen, Digga. DER DICHT DER DICHT DER DICHT DER DICHT Bis zum nächsten Mal.